Ey Bro, jetzt das Baguette aus dem Spiel mitbringen sollte. Scheiße, das war eine dumme Idee. Was machst du mit dem Baguette? Leg das Baguette weg! Hey, es reicht jetzt, ja? Ich hab noch zwei Weizenbrötchen. Tiefgefroren! Was machst du? Reicht jetzt, ja? Mit Essen spielt man nicht. Meine Fresse, ey.